Mein Name ist Thorsten, willkommen bei Move in Z. Hier findest du alles zum Thema 3D-Druck, Laser und Technik. Der Flashforge M5 Pro, ein weiterer Drucker, der sich anschickt im Core XY Bereich. Den Bambulep Geräten ein wenig Konkurrenz zu machen. Und wir werden uns heute mal anschauen, ob das tatsächlich so ist, ob es ein würdiger Konkurrent ist oder vielleicht sogar die ganze Sache noch etwas toppen kann. Verpackt kommt ihr tatsächlich sehr gut. Allerlei Schutzfolien an allen möglichen Stellen, die wir jetzt als allererstes mal entfernen müssen. Im Inneren befindet sich ein Kaltgeräte-Stecker, eine kleine Rolle PLA, 250 Gramm Burnt Titanium. Eine schöne Farbe. Das hier gehört sicherlich zur Filamenthalterung dazu. Hier unten haben wir etwas Fett zum Fetten der Achsen, ein kleiner Schraubenzieher, eine Zange. Dann haben wir hier ein wenig Werkzeug. Ah ja, das hier ist das Wechselhotend, vermutlich für die abrasiven Filamente. Und ein Klebestift für eine etwas bessere Betthaftung. Wie auch bei anderen Druckern dieser Bauart, findet ihr im Inneren kleine Pfeile, die auf Sicherungsschrauben hinweisen, die vor dem ersten Einsatz natürlich erst einmal entfernt werden müssen. Der Drucker zeigt sich im Inneren von der robusten Seite, Schleppkette, linear geführte Achsen. Das Druckbett wird über drei Spindeln und vier Linearführungen sauber auf Position gehalten und nach oben geführt. Es gibt Filtereinsätze, welche austauschbar sind. Man sieht jetzt erstmal nach einem normalen Feinfilter aus, Staubfilter eventuell. Und nicht nach einem Kohlefilter. Auf der linken Seite des Druckers befindet sich ein wirklich richtig dicker Lüfter, welcher die Bauteilkühlung bei schnellen Highspeed-Drucken sicherstellt. Das Druckbett hat eine schöne Haptik und einen ergonomischen Griff. Standard-Pieplatte, magnetisch, mittelraue Struktur. Tür und Deckel sind aus Kunststoff. Der Drucker macht erstmal einen aufgeräumten Eindruck. Die Eigenart, zukünftig Spulen immer von hinten anzubringen, ist so eine Sache, die nicht jedem gefallen wird. Grundsätzlich habe ich damit kein Problem, würde es jedoch als äußerst praktisch empfinden, wenn man die Option hat, eine Spule auch seitlich anbringen zu können. Der Tausch des Hotends kann einfacher schon fast nicht mehr sein. Der magnetisch angebrachte Frontdeckel wird einfach nach vorne hinweg entnommen und die zwei Verriegelungen links und rechts des Druckkopfes eingedrückt. Das Hotend wird dann einfach nach unten weggezogen. Das neue Hotend wird in umgekehrter Reihenfolge dann platziert. Fertig. Die technischen Daten Maximale Extruder-Temperatur 280 Grad Maximale Betttemperatur 110 Grad Schneller Hotend-Wechsel garantiert Beiliegend ein Standard- und ein Stahl-Hotend Druckgeschwindigkeit maximal 600 mm pro Sekunde Beschleunigung 20.000 mm pro Sekunde im Quadrat Filamente, die unterstützt werden PLA, ASA, ABS, PDG, TBU, PLACF, PDG, CF Also alles, was man sich so wünscht Bauraum 220 x 220 x 220 mm Magnetische Peiplatte Die Abmessung des Druckers sind 380 x 400 x 453 mm Bildschirm 4,3 Zoll Touchscreen Eine Kamera ist bereits eingebaut Ebenso die Resonanzmessung Eine Autonivellierung Eine WLAN- und LAN-Schnittstelle Und Clipper Open Source leider nicht Und somit auch nur eine unzureichende Bedienung Meiner Meinung nach dieses Druckers per Webinterface möglich Das ist wirklich sehr schade Hier hoffe ich doch sehr, dass Flashforge den Weg von Creality gehen wird Und das Ganze öffnet Denn ansonsten finde ich das alles ein wenig eingeengt Und doch sehr puberitär Die Schleppkette sieht wirklich sehr gut verarbeitet aus Und auch das Kabel, welches hier in den Druckkopf eingesetzt ist Ist doch ordentlich dick und sieht aus Als könnte es viele tausende Bewegungen aushalten Ohne einen Kabelbruch erleiden zu müssen Im Gegensatz zu den meisten anderen Druckern dieser Bauart Ist der PDF-E-Tube einfach hier oben eingesetzt Man kann diesen wirklich mit einem einzigen Zug entnehmen Und auch wieder hineinstecken Den Vorteil sehe ich darin Dass TPE- und TPU-Materialien, also flexible Filamente Viel leichter eingefädelt werden können Wie dies bei ähnlichen Druckern dieser Bauart ist Nachteil bei einem größeren Re-Track Könnte ich mir durchaus vorstellen Wenn das Filament nach oben weggeschoben wird Dass der Schlauch sich eben nach oben mitbewegt Ein Beinbruch wäre das natürlich nicht Unschön jedoch trotzdem Auch im Inneren macht der Drucker einen überwiegend positiven Eindruck Das Kabelmanagement sieht ganz ordentlich aus Als Mainboard kommt ein FFP Q286 Version 3.02 zum Einsatz Das Netzteil liefert 24 Volt bei 14,6 Ampere maximalem Output Der Rahmen des Druckers besteht aus Metall Eingeschraubt in den Kunststoffkörper Kaltgerätestecker eingesteckt Und den Power-Switch umgelegt Man hört den Netzteillüfter surren Nicht sehr laut, aber deutlich am drehen Der Kalibrierungsvorgang wird mit etwa 9 Minuten angegeben Im ersten Schritt wird die Bettnivellierung durchgeführt Insgesamt wird hier ein 5x5-Punkte-Raster abgetastet Um ein sauberes Mesh sicherstellen zu können Die Laufgeräusche der Z-Achse sind etwas gewöhnungsbedürftig Während des Druckes wird dieses jedoch kaum zu hören sein Als nächstes kommt nun der Vibration-Test, wie er hier angegeben wird, zum Einsatz Hierbei wird einfach die Resonanzfrequenz durchgemessen Um später Probleme wie Ghosting und Ähnliches vermeiden zu können Die Übersetzung finde ich ehrlich gesagt ganz lustig Schaut mal Bitte laden Sie die Flamme gemäß den Anweisungen unten Also um es kurz zu machen Die Anweisungen sind eigentlich ganz gut verständlich Also die Bilder reichen schon völlig aus Aber die Flamme finde ich dann doch schon sehr süß Meinen ersten Druck starte ich natürlich wie immer vorgeslicet von SD-Karte Beziehungsweise in diesem Fall USB-Stick Um zu schauen, was der Hersteller sich so einfallen ließ Wir sehen hier ein Benji Und zeige euch jetzt mal ein paar Ausschnitte Wie schnell dieser Drucker druckt Sodass man auch ein bisschen Gefühl und Vorstellung dafür bekommen kann Die Lautstärke während des Druckens erreicht etwa ein bisschen Das Bild jedoch, was man hier auf der Skala erkennt, ist meiner Meinung nach ein wenig verfälscht Denn die Lautstärke, die empfundene Lautstärke ist aus meiner Sicht dann doch nochmal ein gutes Stück höher Man möchte definitiv nicht daneben sitzen, während gedruckt wird Dies betrifft jedoch grundsätzlich alle Highspeed-Drucker Ich habe noch keinen gesehen, der wirklich eine angenehme Lautstärke hat Wie denn auch? Irgendwie muss ja der Kunststoff gekühlt werden Ansonsten wird das einfach nichts mit dem schnellen Drucken Bei geöffneten Türen sind wir da nochmal ein gutes Stück lauter Nämlich bei etwa 64 bis 66 Dezibel Das Benji, welches sich auf der SD-Karte befindet, wurde in knapp 14 Minuten gedruckt Und hat doch eine recht gute Qualität Erwähnen sollte man, dass es ein sehr geringes Infill hat Das konnte man schon während dem Drucken ganz gut erkennen Und soweit ich das sehen konnte, auch nur eine maximal zwei Außenwände Aufgefallen ist mir hier eine leichte Deformierung innerhalb der Layer hier Ansonsten gibt es hier nicht viel zu meckern Es sieht ordentlich aus, wie bereits gesagt Bug ist okay Minimalstes Stringing Hier ist ein feines Härchen Können wir getrost ignorieren Ansonsten ein sauberes Ergebnis Der Clearance-Test Wollen wir doch mal schauen, wie sauber der Drucker hier mit diesem Test zurecht kam Da fallen ja schon gleich eine ganze Menge runter Das sieht ja schon gut aus Ich fange hier erst gar nicht an zu schauen, was da alles schon weggefallen ist Wir schauen uns an, was noch drin steckt Und gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch Wir haben hier die 0,20, die absolut lose ist Dann hätten wir die 0,18 frei 16 frei Die 14 ist super frei Die 12 ist frei 13 ebenfalls Und die 0,1 Die klemmt ein wenig Ich definiere sie jetzt mal als fest First Layer Ja, ein bisschen fester gedrückt Und sie war direkt lose Ich definiere es jetzt als fest 0,1 mit ein bisschen drücken Ging dann auch raus Ein Ergebnis, was man in letzter Zeit ja recht oft sehen kann Unter den Core XY Druckern Ob dies nun ein K1, ein K1 Max ist Praktisch alle Drucker schaffen zumindest mal es runter Bis auf die 0,1 und oftmals sogar noch die 0,1 selbst Der Calibration Cube sollte ja 20 mm x 20 x 20 x 20 sein Hier haben wir 1998 Die Layer sind ganz ordentlich gedruckt Die Layer sind ganz ordentlich gedruckt Die Oberfläche ist sehr schön auf Z Den 3D-Printer-Test in seinem Mini-Format Den hat er leider nur befriedigend bestanden Gründe hier sind zum einen Ihr seht ja hier den Überhang Der ist eigentlich soweit ganz gut 75% absolut okay gedruckt Aber Diesen Überhang hier Den hat er mir abgebrochen Gesliced habe ich mit dem Profil vom Orca Slicer Welches auf dem USB-Stick des Flashforges mitgeliefert wurde Selbst optimiert habe ich nichts Denn meiner Meinung nach sollten die Drucke out of the box Der Maßstab sein für jeden Test Ich denke, jeden, der ein bisschen Erfahrung hat, weiß So was kalibriert man raus Das ist überhaupt gar kein Problem Aber meine Tests sind eben nun mal out of the box Ebenfalls seht ihr da hinten Dieses doch recht ordentliche Stringing-Element Fast so dick wie der Druck selbst Nicht sehr schön Ja, dann positiv zu bemerken ist Die Qualität der Oberflächen Ansonsten ist sehr gut Die Schrift ist auch sehr gut lesbar In der Kamera vielleicht nicht immer so gut erkennbar Aufgrund von Reflexionen und so weiter Aber ich kann euch sagen Das ist alles sehr schön gedruckt Die Oberflächen sind top Auch hier die ganzen Brücken Das ist alles einwandfrei Und dort, wo es normalerweise gerne zu Problemen kommt Also hier wirklich in feinsten Bereichen Stringing, Hering und solche Geschichten Da sieht man gar nichts Das ist wirklich super toll Dieser Pfosten, der ist manchmal etwas wobbelig Bei manchen Druckern Gar nichts Perfekt Der ist einwandfrei Schön gedruckt Sauber gedruckt Auch hier der allerdünnste Von diesen kleinen Pfeilern Wie auch dieser da hinten Ich weiß nicht, ob man das sehen kann Der ist ebenfalls sehr, sehr schön rausgekommen Ich denke, man kann sich sein eigenes Bild dazu machen Ob der Drucker etwas für einen ist oder nicht Kein Ghosting Vielleicht mal von der Seite noch Dass ihr euch da ein bisschen besseres Bild auch machen könnt Fazit Der Drucker macht einen wirklich stabilen Eindruck Das Schnellwechsel-Hotend ist für alle Ideal, die regelmäßig unterschiedlichste Materialien drucken möchten Eigentlich könnte das Gerät eine klasse Empfehlung sein Leider ist der fehlende Zugang zu Mainsail oder Moonwager oder was auch immer eine Clipper Oberfläche letztendlich liefern kann Fehlend und somit einfach nur lästig Auf diese Art lässt sich noch nicht mal über den Orca Slicer direkt drucken Da dieser einfach nicht mit dem Drucker konnektieren kann Somit ist auch die Nutzung der verbauten Kamera, die ja eigentlich super wäre Über die IP-Adresse 0.8080 per Browser Oder über den Flashforge eigenen Slicer nur eine Krücke und keine Freude Die kleinen Druckfehler, die wir gesehen haben, sind unschön, aber aus meiner Sicht wirklich nicht dramatisch Etwas Feinjustierung und die Kiste wird wirklich rund laufen Insgesamt hat sich ja die Druckqualität eher im groben Bereich angesiedelt und ich war recht zufrieden Eine Optimierung des Filamentes habe ich nicht durchgeführt, wie bereits erwähnt, alles out of the box Dass hier der ein oder andere Drucker mal nicht perfekt mit meinem Filament klarkommen kann Sei es drum Jeder, der ein bisschen Erfahrung hat, kennt dieses Problem zu Genüge Deine Meinung ist mir wichtig, drum schreib mir Vorschläge, Ideen und Feedback unten unter das Video in die Kommentare rein Wenn du mich wiedersehen möchtest, klicke auf Abonnieren und danach auf die Glocke, um keines meiner neuen Videos zu verpassen Wenn du direkt weiterschauen möchtest, schau dir mal dieses oder dieses Video an Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao Entdeck stylische Merchandising Artikel direkt unter diesem Video Diese einzigartigen Stücke sind nicht nur cool, sondern dienen auch als Erkennungszeichen für Insider Gesprächsstoff garantiert für alle, die die Megazene lieben Jadi nochmal auf alle, die Meatlessorieekschläge först Alle, die die Foto- und der Ming-Chais媽